so liebe leute hallo und herzlich willkommen zurück zum let's show von champions of rechnung ich habe mich jetzt direkt nach dem vorherigen part hierhin begeben wir probieren es jetzt mal zusammen wir haben hier gleich ein fort dass wir uns zurückeroben wollen und dann schauen wir mal wie wir uns schlagen wir haben leider kurzbögen also es ist nicht so ja erfolgsversprechend aber damit ich euch auch mal wieder zeigen kann wie es so abgeht in den reichsschlachten ja gut die reiten aber wieso reiten die ok die müssen schon relativ gut dorthin eventuell kann ich das so machen dass ich drin bleibe daneben bleibe wenn das fort erobert wird von uns natürlich ja aber ich will schon einen gegner angreifen irgendwie okay das sind so viele hier nicht schlecht müssen würde ich jetzt irgendwie umschaut drücken das eine anvisiert wird von gegnern aber das gibt jetzt hier glaube ich gar nicht aha das gibt es hier wow ja toll ich will ich will sie ist ihm gegen den gegnern hat ne schutzschät komm jetzt ja komm wenn wir jetzt den siegen bekommen wir ein bisschen erfahrung sieht nicht so viel versprechend aus ja genau da trifft mich boah das ist ja nervig hey haut doch nicht immer ab ich werde auch angreifen können ja aber ich habe sie überlebt ja es ist es ist chaos viel zu viele effekte sehe gar nichts mehr grünes wo sind die denn na gut das muss ich noch üben ja wir brauchen mehr reichwärter darum habe ich auch schütze genommen hey ich sterbe so nein ich sterbe so das ist frech wir haben die so kaka das ist ein hexenmeister mit ihren größten zauber das ist frechert äh sultas terror wahrscheinlich haben wir irgendwas bekommen wir haben nichts bekommen so eine früche ja es sind aber viele am Boden weichaffe dankeschön sehr nett und sogar Lois befähren sie ja auch Tay gut ähm ja so ja hm also nächstes Mal bei Reichsschlacht 2 zwei Hand also Langbögen nehmen ähm und ich habe so wenig Reichweite wieso habe ich so wenig Reichweite ich habe doch Dingeskate noch schaue ich jetzt nicht nach ja weisst wisst ihr macht zu wenig Schaden auf einen Gegner der ähm gibt dann keine Erfahrung das ist das Problem aber hier hier ich zeige euch mal eine Reichsschlacht ist das nicht toll? das ist mal eine Reichsschlacht oder? ja das Spiel ist von vorne bis hinten schlecht gemacht es wäre viel toller wenn man auch mal Gegner besiegen könnte und nicht immer alles nur abgehauen wird und geheilt wird und gestunnt wird hm so sterbe ich ich kann gar nichts machen die können stunnen die können griften ja haben wahrscheinlich grosse Abklärungszeit aber ähm ähm Banhammer The Banhammer has spoken so ich gehe wieder ein bisschen weiter weg ich bin ja nicht der ähm beste der zuvor das sein muss und ähm was sind denn die anderen? wir brauchen noch mehr Leute das blöde ist man sieht nicht so weit von oben runter hm El Guerro Grosso was heißt der? der grosse Grösste der der Krieger der grosse Krieger keine Ahnung aber irgendwie sind die Spanier viel netter als die Deutschen also auf Valhalla habe ich fast nie gehört dass sie gedankt haben und so wenn sie wieder überlebt wurden ist ein bisschen ähm komisch jetzt plötzlich natürlich sind die Spanier halt viel ein netteres Volk aber äh äh ja wahrscheinlich auch weil sie so arm sind in Argentinien keine Ahnung ich rede zu viel was ich nicht weiss also Argentinien da kenne ich die Anden da kenne ich die flachen oh wie heisst das gerade ja das Flachland mit den ähm Kühen und Rindern und so und ähm Buenos Aires ich kenne viel Fussball aus Argentinien aber auch nicht so vom Schauen sondern eher vom Hören und ja halt die Entwickler noch es sind keine einzige Grünen hier so womöglich jetzt hier etwas zu knacken wenn ich jetzt hier an die an den Rand gehe naja bringt es ja nicht aber wir nehmen es sein das ist doch mal gut jetzt kommt sicher jetzt kommt sicher zu einer Giftwolke hm stinken Hexenmeister stinken ob sie überhaupt Hexenmeister sind ob sie sind wahrscheinlich Hexenmeister kann auch irgendwie ein Spezial äh schau schau alle sind unbesiegbar alle haben im Schutz alle werden geheilt es ist eigentlich nichts mehr balanciertes da müssen die Entwickler unbedingt besser machen aber schnell ich liebe doch das Game aber aber momentan habe ich einfach zu viel Negatives vor mir also so tja ja wird dann auch wieder besser wenn wir dann auch mehr Reichweite haben mehr Stärke und so weiter das wird halt einige Zeit noch kosten aber es ging ja auch im letzten Jahr im Let's Play recht schnell oh man die sind alles Paladine ist da auch ein Paladin aber ich kann mir jetzt so angriffen es sollte vielleicht nicht dort oben sein aber zum euch ein bisschen den Überblick zu garantieren bin ich nach oben gegangen ah, seid ihr schwach also haben wir ein paar Deutsche das können wir jetzt mal schauen Anzeichen auf Deutsche Oh, Wald das ist sicher ein Deutsch, oder? hm hm der Emmett bist du ein Deutscher? wenn ihr euch seht dann schreibt mal in die Kommentare wer ihr wart und welche Minute welche Sekunde am besten und was ist das für eine Klasse sein und so weiter würde ich mich interessieren oh ja, der muss ich annehmen den muss ich unbedingt angriffen ja, ja, ja Mann, das ist doch so ein fetter was ist das? und der ist einfach geschützt das ist irgendwie ein Hexenmeister oder Beschwerer gewesen Null Schaden yes cool, Null Schaden gemacht ja boah ich mache ja mein Kräfte auch manchmal wenn ich wieder den Serv vielleicht später mache wieder solche Schlachten und da sieht man es ist viel besser balanciert weil es viel weniger Sachen gibt zum Heilen und zu schützen und so weiter aber ähm das Tolle ist halt auch dass man Sachen bauen kann solche Forts und so mal schauen wenn ich dann wieder im Server machen kann auf jeden Fall wenn es sich lohnt wenn die Spieler wirklich wollen könnten ja mal ganz das ganze Reich also alle drei Reiche zusammen und die Wars ähm nachbauen und dann Schlachten machen aber ja da kann ich nicht viel sagen sorry aber auf jeden Fall macht es richtig viel Spass momentan zu Minecraft Let's Play genauso viel Spass wie es eigentlich hier macht sogar noch mehr und ähm ja ich fange einfach momentan jetzt an richtig lange Let's Plays zu machen und Let's Shows und Gameplays und so wenn ihr halt ein Wechsel wollt dann dürft ihr das auch diskutieren ja der Shooter der Shooter ich bin immer noch am schauen ob es irgendwelche Deutsche gibt irgendwie verstehe ich das nicht in Valala sagen alle ja sie sind alle in Ra abgehauen und in Ra sagen alle ja äh sie sind da und so aber sie sind nicht irgendwie da zeigt euch mal bitte einfach nur zeigen wie er heißt und äh ja müssen reden schreiben alles mögliche gut solange ich keinen TS3 selber habe können wir dann mit Skype oder so mal telefonieren darf ich jetzt die Wache töten? also Leute helft mir doch ein bisschen wow ich mach 16 Schaden doppelt so viel ich muss abhauen ich muss abhauen das sind haue Damaged 6 oh wir verlieren noch jetzt müsste ich schauen wir verlieren das ja also die Wache ist wieder weg schauen wir mal hier hinten keine Hinterhalte also im Let's Play letztes Jahr habe ich immer wieder bemerkt dass die Leute ja manchmal auch von hinten kommen und ja mich treffen können wie viel schau ihr die können so weit ähm schießen und ich kann nicht mal äh 10 Meter schießen arg ich merk mir den Namen ich kenn dich du bist meine Tante ähm 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 na gut bisschen schwarz weiss schauen Show schwarz weiss Fernseher auf YouTube wie Spass ja diskolieren wir noch ein bisschen ähm also wir verlieren wahrscheinlich weil die Söten so nachtaktiv sind jetzt ist äh 13 vor 2 also äh nicht gerade die beste Zeit zum Gamen aber ich tue gerne Let's Playen bevor ich einschlafen kann kann manche YouTuber die sind extrem müde wenn sie so aufnehmen aber ich bin halt Sportler noch nebenbei ich bin eigentlich im Reden und im Denken bin ich eigentlich nie müde außer und aus Konzentration aber ähm das ist gut wenn man so abwechslungsreiche Hobbys hat und ähm ja so viel Abwechslung ja Herzchen gehts noch schau schau diese Reichweite es ist schon klar dass die von oben runter grössere Reichweite haben aber sind das einfach irgendwelche Bögen die extra ja wahrscheinlich auch 5 auf diesem ähm können wir das? hm tsch 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 t also dann gehen wir zurück zur Mauer und ja, ich mache einen weniger langen Part dafür einen tollen Part war es doch, oder gebt mir ein bisschen Feedback und ja wenn ich mehr solche Schlachten einfach zeigen soll, schreibt es uns in den Kommentaren also, Dankeschön für's Schauen euer Drago Basler sagt Tschüss bis zum nächsten Part von Let's Show Champions of Redenum auf Ra in der Eisenseite mit dem kleinen Hasi ja Tschüss